Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu ARK. Leute, es kamen nützliche Tipps, wie ich denn das mit den Zähmen hinbekomme. Und ich muss tatsächlich auch für die Leute, die hier zugucken und die Dodos so mögen, ich muss einem Dodo mal auf die Fresse hauen. Es tut mir leid. Hier vorne rennt gleich einer. Das probieren wir jetzt mal. Wir hauen den Typenbar aufs Maul und dann füttern wir den mit Narco-Bären und irgendwie anderen Bären. Der ist nicht besonders hübsch. Der hat es verdient, meim zu sein. So. Inventar öffnen. Okay, wir haben jetzt den... Wartet mal. Das sind die Narco-Bären. Und zack. Zähmung. Ah ja, ich habe die Zähmung. Da kam ein Tipp von euch. Die soll ich doch ein bisschen höher stellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht doch zu hoch war. Ich habe die halt von 1 auf 2 gestellt. Und zack, gehört er uns. Benenne dein Dodo. Wo sehe ich denn, was es ist? Warte mal. Machen wir erst mal abbrechen. Ähm. Männlich. Männlich. Cool. Huch. Äh. Ne, setz dich mal eh wieder hin. Wartet mal. Wie geht das? Erstmal nehmen wir das Zeug wieder raus. Das brauchst du ja nicht. Ich glaube, das ist diese Bären, ne? Amar-Bäre, oder? Ah, pass auf. Ich hau dem jetzt einfach mal hier. Das sind 35. Das sind 45. Was ist das? Und das sind 11. Wir gucken mal, was... Was er eigentlich jetzt von den Sachen ist. Ähm. Passt auf. Vorfahren anzeigen. Kann ich denn jetzt? Aufheben, Verhalten, Befehlsgruppen, Ernte-Einstellung, Optionen. Wir gehen mal auf Optionen. Wie kann ich dich denn jetzt umbenennen? Äh. Äh. Wir gucken mal ins Inventar. Der ist anscheinend nichts von den Dingen. Wieso habe ich denn hier ne Brille? Ne Nerd-Brille. Äh. Wartet mal kurz. Die muss ich aufsetzen. Ich glaube, ne Nerd-Brille. Warum? Äh. Kann ich nicht aufsetzen. Hiermit wird das Aussehen eines Helms oder einer Mütze verändert. Leicht rissig und spröde. Verpasst es dir? Okay. Haben wir jetzt eigentlich, äh... Wartet mal. Wartet mal. Haben wir denn irgendwas... Freigeschalten. Steht ja schon wieder da, dass die Codierung überlastet ist. Das geht mir sowas von auf den Sack. Hahaha. Wie kann ich den denn jetzt umbenennen? Also... Bei Optionen ging's nicht, ne? Aggressionslevel. Greife Ziel an. Folge. Mensch Level 10. Aktiviere Paarung oder Wandern. Äh. 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 Kreatur zur Gruppe hinzufügen. Haben wir ja nicht. Wir haben ja keine Gruppe. Klasse zur Gruppe hinzufügen. Leute, ich bin echt blöd. Pass auf, wir sollen den aufheben. Der ist ja ein guter Kühlschrank. In den können wir, äh, Nahrungsmittel lagern. Wenn das... War das das Tier? Ja, ich glaube schon, ne? So, den hauen wir uns jetzt hier in die Hütte. Du bleibst jetzt einmal hier. Du männlicher Dodo. Ähm. Genau. Jetzt geh ich mal ein Stück weg, weil da steht ja, folgt Mensch. Wenn ich jetzt hier hingehe, folgt der mir dann? Naja, er folgt, ne? Wie krieg ich den denn? Auf nicht folgen. Wartet mal. Passt mal Inventar öffnen. Ist der auch was? Oh. Ach, scheiße. Ich hab den jetzt zwangsgefüttert, weil ich eh gedrückt hielt. Hahaha. Ich bin blöd. Naja, egal. Äh, äh, ich bin überfordert, Leute. Leute, Leute. Wir müssen das mal am Livestream machen. Hahaha. Wie krieg ich den denn jetzt? Ne, nicht Strohwand. Ich will den Dodo. Befehlsgruppen ändern. Äh. Ich kann den, aber nicht. Wartet mal, irgendeine Taste war doch hier. Okay. Haha. Mal gucken. Folgt der mir? Geh mal weiter weg. Ne, ich guck, der bleibt diesmal stehen, ne? Oder täuscht das? Okay. Welche Taste hab ich gedrückt? U. Taste U ist also quasi bleiben. Okay. Haben wir das schon mal erledigt. Jetzt probieren wir noch mal mit der Zwille, äh, eine Aktion bei den, ach scheiße, brauchen wir da Fleisch für sowas? Ja, wir haben kein rohes Fleisch. Wir haben gebratenes Fleisch. Mist. Ich hätt' mich mal besser vorher kundig machen sollen. Oder, ähm, zur Güte, ich mach euch einen Vorschlag. Damit wir das Spiel ein bisschen besser kennenlernen und ihr live mit dabei sein könnt. Würde ich vorschlagen, äh, dass wir, wartet, ich muss überlegen. Ihr seht die Folge morgen, weil ich sie ja heute aufnehme. Das bedeutet, ähm, ihr seht die Folge am Mittwoch. Wollen wir morgen Abend, sagen wir mal so gegen 20.30 Uhr, zusammen auf Twitch streamen. Genau. Doch, das machen wir. Und ihr, äh, gebt mir mal so ein paar Einsteigertipps. Das ist doch ein Plan, oder? Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Also ich finde den Plan gut. Weiß nicht, wie ihr den findet. So, nimm das mal weg. Ne, wir sammeln mal noch ein bisschen Zeug. Wir wollen jetzt noch ein paar mehr Tiere, ähm, zähmen. Den Mechsaurier sollte ich ja, wir sollten eine Bola abbauen und sowas. Aber das kann ich ja alles noch nicht, weil ich noch kein Level-Up hab. Denk ich mal. Wir gucken mal hier rein. Wir haben sechs Punkte. Ähm, das war ein Sattel. Was ist das hier? Ein Kram, Bauplan, Bluttransfusion, Konsum, Holzknüppel, mehr Flächen, Flagge, Kochtopf. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja, ähm, wir hatten ja das Narkosemittel und den Mörser und Stöße. Das können wir uns ja bauen. Dann gucken wir gleich mal. Bogen, Bola. Dafür brauchen wir aber acht. Können wir momentan noch nicht machen. Passt auf, da bauen wir schnell den Mörser. Das hat man ja auch so geplant, ne? Sorry, ich bin, äh, ich bin ein bisschen verpeilt, weil, äh, ich das ganze Wochenende war ich nicht da. Heute war ich den ganzen Tag unterwegs. Ähm, und ich muss erst mal wieder reinfinden, was wir denn eigentlich in der letzten Folge gemacht haben. Und wir wollten eigentlich den Mörser bauen. Da gucken wir gleich mal rein. Was brauchen wir denn dafür? Da haben wir einen Leder haben wir da. Steine haben wir auch da. Aber wahrscheinlich nicht 65, wartet mal. Dann sammeln wir hier gleich noch ein paar Steine ein. Kann man denn theoretisch auch, äh, die, äh, die hier abbauen? Im Wasser. Geht das? Nö. Das geht nicht. Okay. Wir gucken mal, vielleicht haben wir ja auch genug Steine. So, der Dodo ist da. Äh, öffnen. So, lieber Dodo. Warte mal auf. Ich hau mir jetzt mal ein bisschen Fleisch rein und den Rest lege ich dir rein. Weil du bist ja angeblich ein guter Kühlschrank. Ne. So. Zack. Was wollte der eigentlich? Die hier, ne? Ich will ja nicht, dass der hungert. Ich sehe allerdings auch nicht, doch Nahrung steht da hier voll. Haut schon hin, ne? So, da bauen wir mal den Mörser. Baumaterialien, ich habe eine zweite Kiste gebaut. Baumaterialien habe ich jetzt hier drin. Ah, reicht doch nicht an Steine. Passt auf. Wir gehen ganz schnell Steine fahren. Wir kriegen das schon hin. Bin halt ein bisschen verpeilt. Nehmt es mir nicht übel. So bin ich halt. Gerade in so neun Spielen. Brauche ich meine Zeit. So. Was brauchen wir jetzt für die Axt? Verdammt. Äh. Holz. Feuerstein. Stroh. Haben wir alles in der Hütte. Passt auf, dann nehmen wir jetzt die. Die Pickaxe. Ah, da kommt noch Feuerstein raus. Das ist kacke. Wartet. Wir haben alles in der Hütte. Ich habe schon ein bisschen sortiert. Also. Auch mal gucken. Achso, ein Ferkel. Hat der direkt hier hingeschissen. Holz und Stroh. Das haben wir ja hier drin. Stroh. Und. Hulz. Ne, das war ein Fasern. Hier Hulz. Dann baut ihr mal das Ding nach. Auch gleich noch so, eh, ne? Da haben wir das schon mal fertig. Ne. Macht denn der schon wieder? Brauchst du die jetzt nach? Ne. Irgendwie komme ich da noch nicht so zurecht. Hau dir gleich das nach. Und dann hau das wieder rüber. Wenn du fertig bist. Dann holen wir uns Steine. Bauen den Mörser. Und stellen schon mal ein Narkosemittel her. Aber ich hoffe, dass wir dadurch ein bisschen Level up bekommen. So, hat er das jetzt gemacht? Oder nicht? Ja, hat er. So. Dann. Hau das wieder rüber. Das sowieso. Das auch. Und das auch. Okay, Leute. Auf geht's. Geine Nerdbrille. Das gefällt mir. So ein Pfeffer. Was mich auch ein bisschen wundert, ist, dass man mit der Axt halt Stein abbauen kann. Und mit der Pick-Axt Feuerstein. Ich hätte es andersrum gedacht. Aber naja. Nun ist das halt so. Ah, Metall ist auch dabei. Sehr gut. Sehr gut, Leute. So. Aufnahme läuft. Modierung scheint auch zu funktionieren. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das Spiel frisst so viele Ressourcen. Da spinnt immer einiges. So. Das sollte reichen. Okay, Leute. Unser Mörser wird gleich stehen. In unserer wunderschönen Hütte. Äh. Zack. Auge drückt. Mörser. Was brauchen wir noch? Leder. Leder. Haben wir hier. Ich will immer Shift-Linke-Maus-Taste drücken, wie in so vielen Survival-Games auch. Aber das funktioniert hier einfach nicht. Kannst du die nicht reparieren? Komm, haut die raus. Ähm. So. Genau. Haben wir unseren ersten Mörser. Sehr gut. Nicht läuft, wa? Äh, der kriegt ja schon ruhig einen Vollbart, der Typ. Wie geil. Wartet mal. Jetzt muss ich hier wieder auf Inventar. Lege mir den Mörser auf die 7. Da ist er. Äh. Ich baue ihn jetzt einmal mal hier hin, wa? So. Egal wohin. So. Wie funktioniert das jetzt? In Kram. Äh. Bauplan. Zündpulver. Konsumgüter. Zündpulver. Hm. Das Zündpulver nutzt mir ja jetzt nischt. Wenn ich steht beim Zermalen vom Feuerstein. Hm. Wissen wir da jetzt irgendwelche Enkramme freischalten? Oder wie läuft das? Was ist denn mit dir eigentlich los? Sag mal. Guckt euch das mal an. Guckt euch diesen Typen an. Äh. Hm. Das gefällt mir. Äh. Machen wir doch gleich mal ein Screenshot. Äh. Der tippelt auf meinem Haus. Was geht denn mit dem? Geht das dadurch kaputt, Leute? Ich hab keinen Plan. Könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben. So. Passt auf. Jetzt haben wir den Mörser. Aber wir wissen nichts mit dem anzufangen. Wir könnten jetzt hier Schießpulver herstellen. Wir gucken nochmal hier rein. Muss ich da jetzt jeden Scheiß hier extra freischalten? Oder wie läuft das? Zündpulver ist freigeschalten. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Da stand irgendwas. Keine Ahnung. Wir sind noch dran. Wir sind noch drin. Okay. Aber wir können jetzt nicht weiter freischalten. So ein Ärger. Na doch. Das Narkosemittel haben wir doch freigeschaltet. Erhöht deine Gesundheit. Aber lässt dich einschlafen. Kann nur hergestellt werden in Mörser und Stöße. Verdorbenes Fleisch und Narkobeere. Wartet mal. Verdorbenes Fleisch hab ich doch hier. Äh. Nimm das mal rüber. Und welche sind die? Das waren die Mario. Die hier. Haben wir da. Das tun wir jetzt mal hier rein. Und das verdorbene Fleisch auch. Aber wir können nichts weiter freischalten. Medikamente. Ah doch. Hier. Ah. Wir stellen einfach mal so viele Narkosemittel her, wie wir können. Die Frage ist. Wie wenden wir das jetzt an? Hm. Das brauchen wir alles nicht. Schräges Strohdach. Einen Stoffhut will ich haben. Sorry Leute. Den. Musste ich unbedingt haben. Ähm. Jetzt hab ich die drei Punkte verschwendet. Ich weiß. Und ihr denkt euch. Oh Beutel. Warum hast du denn jetzt die drei Punkte vor dem blöden Hut verschwendet? Naja. Weil ich halt so bin. Wie ich bin. Ähm. Ähm. Äh. Das ist doch eigentlich geil. Aber. Oh. Jetzt hab ich's auch schon freigeschaltet. Und ein Kompass. Und die Bola. Was seh ich denn? Wie viele Punkte ich übrig hab? Ah. Hier unten. Verfügbar. Punkte null. Okay. Die Bola hab ich. Jetzt gehen wir gleich mal gucken. Der Typ geht mir auf den Sack. Hau ab hier. Ja. Wir gucken mal. Wie wir den ganzen Pfeffer jetzt herstellen. Also. Kochtopf. Holz. Stein. Stroh. Ah. Wir brauchen wieder Stein. Wir gehen Stein farmen, Leute. Wir gehen Stein farmen. Hier vorne ist noch was. Läuft. Wir bauen jetzt einfach nach und nach alles mal auf, ne? Und morgen gucken wir dann. Also heute. Für euch ist das ja heute. Heute Abend gucken wir zusammen den Livestream. Also. Ich zocke und ihr guckt und helft mir. So machen wir das. Und dann finden wir bestimmt ganz schnell ganz viele Dinge raus. Ich werd das dann wahrscheinlich als YouTube-Folge hochladen. Trotzdem, ne? Also. Aber was ist das hier? Warum gehen hier irgendwelche Dinger auf? Habt ihr das auch gesehen? Bestimmt nicht, ja? Jetzt kann ich die, äh... Äh? Hatte ich nicht eine nachgebaut? Doch. Hab ich doch. Was ist denn hier los? Hau die raus. Komm. Hat er nicht gemacht. Habt ihr's gesehen? Hat er nicht gemacht. Raushauen ist... Ist nie auch raushauen. Kann ich nie raushauen. Gar nicht. Na ja, bleibt's halt drin. Arbeiten wir mit der nächsten weiter. So, jetzt haben wir gleich ein Gewichtsproblem. Den würd ich sagen, brauchen wir noch ab. Und dann sind wir erst mal voll. Oh, dass dieser Dinosaurier dort so nah an meiner Hütte rumrennt, macht mich echt bissl fertig. Dit macht mich fertig. So, Leute. Äh, können wir das? Das Holz haben wir ja in der Hütte und das Stroh auch. Läuft. Dauert alles ein bisschen länger bei mir. Aber, bedenkt, auch ihr habt mal angefangen mit Ark. Und, äh, musstet euch da irgendwie reinfitteln, ne? Da bin ich ja schon ganz froh, dass ich euch als Zuschauer hab. Und ihr mir, ähm, gute Tipps geben könnt. So. Also, Stroh war's, ne? Holz war's. Was war's noch? Das reicht erst mal. So, herstellen. Was brauchen wir denn für die Bola? Fasern. Fasern hab ich doch. So, hau die mal rüber. Da können wir auch gleich noch Bolas herstellen. Brauchen wir da ganz viele? Bestimmt, ne? Ich hab jetzt mal, glaub ich, drei Stück hergestellt. Was fehlt jetzt noch? Na, wir gucken mal. Wir bauen jetzt erst mal den Kochtob hier übers Feuer. Und da kann man doch dann bestimmt besser, beziehungsweise mehrere Dinge bauen, äh, kochen. So, hau das hier auf die sieben. Hau das hier auf die sieben. Ist das jetzt auf der sieben? Ja. Kochtob kann nicht gesetzt werden. Ist versperrt. Ach, der läuft extra. Ach so, ich dachte, der muss einfach so übers Feuer. Gut. So ist auch nicht schlecht. Wir gucken mal rein. Was kann der jetzt? Kochtob. Eigentümer stammt von Mensch. Muss Brennstoff enthalten. Äh, ja. Muss Brennstoff enthalten. Füge verschiedene Nahrungsmittel und ein Rezept hinzu. Ah, ich hab ja gar kein Rezept, ne? Ich dusse. Und wir haben Metall. Geil. Naja, was wir gebaut haben, haben wir gebaut. Das ist ja... Oh, geht doch hier. Ich brauch nur eine Treppe, Leute. Haben wir schon eine Treppe? Jetzt mal gleich mal gucken. Hau das mal rüber. Das rüber. Das. Das. Okay. Wir haben drei so eine Bolas. Keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Ähm, wir probieren das einfach mal aus an dem Dinosaurier. Oh, ich drohe zu verdorsten. Du bist jetzt live auf YouTube. Äh, morgen. Geil. Ich auf YouTube. So. Ich hol mich hier raus. Passt mal auf. Also, wir haben die Bolas. Wie funktioniert das? Äh. Äh. Ich bin zu blöd. Äh. Äh. Halten, um Bola zu entfernen. Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Haben wir die jetzt wieder? Nö. Nö. Die ist jetzt weg, oder was? Äh. Das müsst ihr mir nochmal erklären. Aber, wir setzen jetzt eine Mütze auf. Wieso kann ich das denn nicht aufsetzen? Was ist denn hier los? Achso, weil ich die noch nicht gebaut habe. Ich dussel. Naja. Soit nicht mein Tag. Ihr merkt schon. Soit nicht mein Tag. Doch. So. Also. Kurz reingucken. Was brauchen wir für die Mütze? Fasern. Haben wir doch. Ich will nämlich jetzt unbedingt die Brille aufsetzen. Kann man diesen Dinosaurier auch töten? Der hier über mein Haus rennt. Durch mein Haus. Der ist ja richtig anstrengend. Vor allen Dingen macht der ja auch übelst laut, ne? Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ihr hört mich ja sonst gar nicht. So. Kurzer Moment. Wir bauen eine Mütze. Zack. Herstellen. Und wenn wir die gebaut haben, müssten wir ja theoretisch die Nordbrille aufsetzen können, oder? Muss ich das irgendwie koppeln? Muss ich das verbinden? Ah. Jetzt geht's. Haha. Sieht ja blöd aus. So. Passt mal auf. Das ist schön. Das ist auch ein schöner Screenshot, Leute. Okay. Jetzt mal wieder bei der Sache bleiben. Was brauchen diese Bolas? Wie funktionieren die? Bin ich denn zu blöd? Leder? Ich, das brauche Leder? Stein? Stroh? Wir müssen mal wieder ledern gehen. Nützt nichts. Wir warten. Heute mal kein Dodo. Wir nehmen mal hier so ein... So ein niedliches Ding. Genau, das ist da vorne. Die finde ich ja persönlich echt niedlich. Aber... Lego... 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 Meo... Was? Lego... Meo-Bäre... In den letzten Inventarslot, um damit zu füttern. Was meinen die damit? Ich töte dich jetzt. Komm her. Hä? Wo bist denn du? Du Knusperkopf. Boah, der braucht aber ewig, ne? Jetzt habe ich vergessen. Ich habe gekackt. Welches Ding war... Was für Leder? Genau, die Axt, ne? Oh, wir müssen auch wieder Fleisch machen. Also hier kam schon mal ordentlich Leder raus. Dann holen wir uns gleich noch den hier. Na, komm. Okay, den haben wir auch down. Neues Level. Sehr gut. Sehr gut, Leute. So funktioniert das. So funktioniert das. Okay. Okay, passt auf. Also Leder haben wir schon mal genug. Wir hauen jetzt noch das Fleisch ins Feuer. Da gestalte ich die Folge heute einmal ein bisschen kürzer. Weil ich ein bisschen planlos bin, ne? Merkt doch. Ähm. Da freue ich mich heute Abend auf den Livestream. Leute, das sind meine verrückten Nachbarn. Äh, seht's ihnen nach. Äh. Wir kommen vom Dorf. Wir sind nicht ganz gescheit. Oh, krass. Wir haben schon hundertmal Kohle. So. Jetzt hat er das Holz zerlatscht. Ist der blöd oder was? Das heißt, meine Hausstruktur ist wahrscheinlich dann auch kaputt. Ne? Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt steht er hier. So. Leute. Wer macht hier alles kaputt? So eine Scheiße. So. Wir trinken noch schnell einen Schluck Wasser. Wie gesagt. Wer es heute Abend nicht schafft, in den Livestream reinzugucken. Ich lade den Freitag auf YouTube so als Sonderfolge hoch. Äh. Vielen Dank fürs Reingucken. Und lasst wieder einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.